Am Sonntagmorgen gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Da fanden sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war. Sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu des Herrn fanden sie nicht. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Wisst ihr noch, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war? Der Menschensohn muss den Sündern ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Er ist nicht hier. Vielen Dank.